Musik Themen haben sich im Laufe der Zeit geändert. Bleiben ist hingegen die Technik. Das präzise Schneiden von Papier mit Hilfe von Schere und Messer. Man muss ganz genau anschauen, um alle Details zu erfassen. Sogar eine Kuratorin der Ausstellung entdeckt immer wieder Neues. Es gibt mehrere Sachen, die mich faszinieren an dem Schere-Schnitt. Sicher ist es die Technik, die Vorstellung, dass man so etwas Fies mit Schere und Messer machen kann. Aber natürlich auch, wenn man in die Tiefe geht, wenn man die inhaltliche Auseinandersetzung sieht mit spannenden Themen, wenn ein Schere-Schnitt ein Geheimnis hat, das man nicht auf den ersten Blick sieht. Die Ausstellung «Schere-Schnitte» im Landesmuseum Zürich geht von zehn historischen Schere-Schnitte aus und hat zeitgenössische Schweizer Künstler gebeten, die ein Motive neu zu interpretieren. Zum Beispiel das beliebte Schere-Schnitt-Motiv vom Alpaufzug. Das ergibt eine spannende Gegenüberstellung von Alt und Neu. Bei dem thematischen Aspekt ist es natürlich so, dass der heutige Alltag viel mehr Platz findet in dem Schere-Schnitt. Das sind gesellschaftskritische Themen. Man geht auf Umweltprobleme, soziale Themen. Das hat der Schere-Schnitt heute natürlich stark erweitert. Ergänzt werden die Schere-Schnitt-Bilder mit dreidimensionalen Objekten. Dazu kommen auch animierte Schere-Schnitte auf eine Leinwand. Wer nach dem Rundgang Lust bekommt, kann sich selber mal an Schere-Schnitt-Künstlern versuchen. Mit Betonung auf Versuchen. , Menschen, Sie haben die Schere-Schnitt-Künstler, im Alltagless-Kümmels.